2011 im januar hatte diese show ihre premiere in berlin aber noch ein bisschen weiter gespielt hätten wir sieben jahre geworden eine tolle zahl hier in hamburg haben wir 382 vorstellungen gespielt und verabschieden uns heute schweren herzens von dieser wirklich speziellen tollen ganz wunderbaren show ich übergebe dir einfach das mikro wurde eine stimme versagt es ist ein besonderer abend ich weiß gar nicht wieviel sind es glaube ich 2500 shows waren es insgesamt in den fast sieben jahren und als wir am 11 januar 2011 in berlin premiere hatten habe ich gedacht okay das war ja mein erstes richtig großes musical das läuft ein jahr wenn wir glück haben und schon nach der primären feier hat udo gesagt pass mal auf du täuscht dich das läuft fünf jahren und wie an allem was er prophezeit hat er auch diesmal recht gehabt und es ist nicht nur fünf jahre gelaufen sondern diese erste serie so sagen wir jetzt mal diese erste serie diese musik ist fast sieben jahre gelaufen und es ist ein ganz besonderer moment dass sie quasi im moment die letzten sind von fast zweieinhalb millionen besuchern die dieses dieses show gesehen haben denn das ist unser fest der wille wieder am horizont geht es weiter ach auch auch Applaus